Egal. Da kann er uns schon in der Karrenform regnen im Lied haben. Also der Name des Liedes stand von Sascha. Aber er ist nicht da. Übrigens, das ist ein neues Lied. Wir haben es zumindest noch nie live gespielt. Und wir verabschieden uns damit von ganzem Herzen und bedanken uns für die schöne Zeit. Das war's. 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 Genau. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020